Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, alle Jahre wieder nehme ich ein Video für Hytera auf, wie man gegen es gut kämpfen kann. Klar, durch das DLC gab es halt klein wenige Updates, ein paar neue Kämpfer kamen mit dazu und halt im Endeffekt was der Dropped und so ein paar allgemeine Sachen. Also fangen wir erstmal ganz grob an. Wir haben jetzt über das Wochenende Hytera in allen Terra-Typen auf der Karte. Das heißt, wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt, kann man gewisse Pokémon nehmen, die für alles gehen. Man muss dazu sagen, Hytera ist ein 5-Sterne-Raid, hat kein gutes Moveset, es ist ein relativ einfacher Raid. Wenn ihr euch aber gezielt vorbereiten wollt, um das Event relativ einfach und schnell abzuschließen, würde ich euch empfehlen, erstmal einen physischen Angreifer zu nehmen, weil wir sehen hier die Werte von Hytera und wir sehen, klar Leben ist ultra gut, aber das wissen wir, Hytera hat sehr viel Leben, aber wir sehen 10 Verteidigungen und 135 Spezialverteidigungen. Das heißt, Spezialangriffe greifen ja die Spezialverteidigung an, physische Angriffe, die Normalverteidigung. Das sind Spezialangriffe, die mit diesem Kringel bei einem Angriffssymbol und die physischen sind die mit diesem, ich sag mal, Sternensymbol. Das heißt, da wir bei Hytera eine wesentlich niedrigere Verteidigung haben, auf jeden Fall physisch angreifen. Dann am einfachsten ist auch noch mit der Typentabelle zu arbeiten. Das heißt, ihr seht, dass Hytera ist Typ Feuer, dann nehmt ihr am einfachsten Typ Wasser-Pokémon. Ist Hytera ein Typ Geist-Pokémon, dann nehmt ihr am einfachsten eigentlich ein Typ Geist-Pokémon wegen der Schwäche. Oder halt zum Beispiel auch einen, was haben wir denn hier, Geist runter, genau. Also im Endeffekt auch hier Unlicht. Also ihr könnt auch mit der Typentabelle arbeiten, aber es gibt auch ein paar Pokémon, die kann man universal einsetzen, so doof wie es klingt. Die gehen halt auch bei mehreren Pokémon. Ich hab mich manchmal entschieden, euch die sechs Pokémon vorzustellen. Es gehen noch ein paar mehr, es sind aber alles physische Angreifer. Ich hab hier einerseits Osaluna, das deckt Boden- und Normalattacken ab, weil es kann nämlich Bauchtrommel. Und diesen Angriff werdet ihr jetzt ein paar Mal hier in diesem Video sehen, weil Bauchtrommel ist für mich der wichtigste Move, um Hytera schnell zu besiegen, weil wir nach der ersten Runde auf maximalen Damage sind. Ja, also wir haben im Prinzip mit Bauchtrommel Osaluna Boden-Normal. Wir haben mit Bauchtrommel Eisenhand, was Kampf-Elektro abdeckt. Wir haben mit Bauchtrommel bei Azumerel Wasser und Fee. Prigeron zum Beispiel kann auch Bauchtrommel, deckt damit auf jeden Fall Pflanz ab. Grandiras kann auch Bauchtrommel, was damit herum den Drachentyp abdeckt. Flanival, äh, Flanival, äh, Flanival, äh, Flanival kann auch Bauchtrommel und deckt dadurch den Eistypen ab. Und es gibt beispielsweise noch Klurak mit Bauchtrommel, was dann Feuer und Flug abdecken kann. Das heißt, ihr habt eigentlich in jedem Typen irgendwo ein Bauchtrommel-Pokémon verfügbar und könnt mit diesem ganz einfach die Raids besiegen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, dass ihr das jetzt mal ungefähr seht. Bevor ich euch den Loot zeige, ich mache mal zwei Raids in diesem Video, dass es nicht ganz so lang ist. Wir nehmen jetzt hier mal, ich habe hier einen 5-Sterne-Hytera-Drachen-Raid. Dementsprechend nehme ich jetzt Grandiras, weil Grandiras ist ja ein Typ, Drachen-Pokémon. Wie gesagt, ich finde halt, der Vorteil an Bauchtrommel ist einfach, dass wir direkt am Start sind vom Schaden her. Und Hytera macht nicht so viel Damage, dass wir wirklich sterben. Was ihr halt mitnehmen solltet, ist, macht die EVs und DVs und Level 100 halt schon als Grundvoraussetzung. Weil sonst werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht One-Shotten oder fast One-Shotten. Das ist bei manchen Typen ein bisschen schwer, aber im Großen und Ganzen würdet ihr sonst wirklich Potenzial verschenken, wenn ihr halt wirklich euer Pokémon nicht maximiert. Also, zu Beginn des Kampfes, das ist bei allen Pokémon jetzt in diesem Typen gleich, ich will Bauchtrommeln und danach nehmt ihr einen sehr, sehr starken Angriff. Egal, ob der Folgekosten hat oder nicht. Also hier nehmen wir zum Beispiel Wutanfall, weil es der stärkste Drachenangriff, den Grandiras kann. Ihr seht vom Schaden, der macht mir das halt fast gar nichts. Jetzt gehe ich auf Wutanfall und wir machen im Endeffekt so viel Schaden, dass wir es einfach One-Shotten. Und das ist halt bei allen anderen Pokémon in diesem Setup im Prinzip auch so. Einfach Bauchtrommel und einen ultra starken Move aus ihrem Terra-Typen nehmen. Dadurch habt ihr halt einfach gar kein Problem, um ihn im Endeffekt platt zu machen. Jetzt kommt uns mal ganz kurz hier den Loot an. Ich möchte jetzt nicht fangen. Und dann sehen wir im Endeffekt Loot-mäßig, wie auch schon bei allen anderen High-Terras, er droppt halt wirklich relativ viele Terra-Stücke. Wir haben hier zum Beispiel Drache, wir haben dann nochmal Drache da oben. So, hier. Hallo, spinne ich so rum. Da. Also Eis, Gift, Gestein, Drache, Drache, XP-Bonbons. Es ist auf jeden Fall ein Raid-Event, um sich die ganzen Terra-Stücke zu farmen. So, muss man sagen, wenn ihr den Pokédex aus dem ersten DLC voll habt, dann bekommt ihr auch noch ein bisschen mehr. Also das soll zumindest stacken. Ich habe ihn noch nicht voll, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es ein bisschen verschludert, die letzten Wochen mit ihm voll zu machen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr den habt, bekommt ihr mehr. So, wenn es laut Internet, also ich habe da ein paar Mal nachgelesen, dass einige schreiben, ja, man bekommt die Punkte mehr. Daher nehmt es auf jeden Fall mit, wenn ihr den auf jeden Fall schon habt. So, ich werde das nochmal im zweiten Raid machen, dass ihr das auch noch bei dem anderen Pokémon seht. Itemmäßig könnt ihr den Pokémon, den ihr spielt, auch zum Beispiel hier Lebensorb geben, dass sie noch mehr Damage machen. Aber ihr habt zum Beispiel bei Grandiras gerade gesehen, auch wenn jetzt Grandiras kein Item getragen hat, meines Erachtens. Ja, Muschelglocke hat es sogar getragen, um mehr Heilung zu bekommen, weil ich es halt normal so spielt. Auch das hat vollkommen ausgereicht. Aber klar, ihr könntet auch noch ein Item spielen, um noch mehr Schaden rauszubekommen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Stahl-Raid, da würde ich zum Beispiel auf Elektro gehen. Jetzt könnte man hier sagen, was ich gerade meinte mit den starken Angriffen. Normalerweise spiele ich meinen Eisenhand mit Donnerschlag, weil der Angriff ist vom Schaden ja okay, hat aber keine Kosten. Bräuchte wir bei dem Raid aber nicht, wir wollen ja One-Shotten, dann würde ich eher Stromstoß mitnehmen, weil Stromstoß ist halt ein 90er-Angriff. Wir bekommen zwar Rückstoßschaden, aber ist in dem Fall vollkommen egal, weil wir wollen ja eh nur einmal angreifen. Da kann das Ding von mir aus mir auch gerne Rückstoßschaden geben. Also das würde mich ja zum Beispiel nicht so stark stören. Deswegen meine ich gerade immer versuchen, die stärksten Attacken mitzunehmen. Aber auch da ganz wichtig, ich zeige es euch nochmal, was ich meine. Die Attacken müssen dieses Faust-Symbol unten, da unten, bei der Kategorie, muss dieses Stern-Symbol sein. Da darf nicht dieses Kringel-Symbol sein. Das Kringel-Symbol ist ein spezieller Angriff. Diesen wollen wir hier nicht machen. Also kein Flammenwurf oder kein, was auch immer spezielle Angriffe sind, Eisstrahl, ETC, das wollen wir hier nicht. Wir wollen wirklich die Attacken, die dieses Symbol haben. So, ich gebe jetzt hier meinem Eisenhardt noch die Energiekapsel, weil damit macht ja Eisern am meisten Schaden. Und dann werdet ihr sehen, auch wenn wir jetzt hier den Star-Rage mit Eisenhardt spielen, ist genau das Gleiche. Also, es ist wirklich einfach. Was man sagen kann, Leute, ich habe es im letzten Video auch schon mal gesagt, es ist da ein bisschen theoriemäßig mit drin, aber ich würde, wenn ihr die Chance habt und habt jetzt Zeit über das Wochenende, außer ihr zockt euch wie Spider-Man oder Mario Wanda, by the way, zu beiden Sachen werden hier auf dem Kanal Videos kommen, also Spider-Man auf meinem Hauptkanal, Mario Wanda wahrscheinlich hier. Würde ich es mitnehmen, weil wer weiß, ob wir im zweiten DLC nicht Terra-Stücke brauchen. Wir wissen ja, der 19. Terra-Typ kommt rein, der aus ganz vielen Terra-Typen besteht, also aus 18 Terra-Typen besteht. Wer weiß, ob wir nicht die ganzen Terra-Stücke, die wir gerade bekommen, und sich eventuell für das DLC farmen. Und am Ende ärgert man sich, dass man irgendwie 50 Terra-Stücke in Pflanze nicht hat und muss sie dann nochmal nachfarmen. Jetzt habt ihr halt die Möglichkeit, super entspannt euch alles zu holen. Jetzt gehen wir hier auf Bauchtrommel, bei Eisenhand für den maximalen Schaden. Ich gönne nebenbei nochmal ganz kurz ein Holy von den neuen Hydration-Sorten. Das ist Kiwi-Erdbeere nebenbei. So, jetzt würde ich hier, bei Stahl ist ja Kampf besser als Elektro, warum ich jetzt gerade von Elektro gesprochen habe. Hier sehen wir zum Beispiel, Nahkampf ist der stärkste Kampfangriff, den Eisenhand kann. Und dadurch können wir im Endeffekt hingehen und machen ihn auch One-Shot. Also, wenn ihr gewisse Typen nehmen wollt, dann nehmt ihr auf jeden Fall immer den passenden Typen. Ich werde nochmal ganz kurz ein Raid jetzt gleich reinschneiden, weil man kann mit Osaluna auch Omni gegen alle Raids spielen, wo man normale Attacken einsetzen kann. Das ist ganz wichtig, man kann nicht gegen alle Raids normale Attacken einsetzen. Aber ich mache nochmal ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Raid. So, jetzt haben wir einen Eis-Fünf-Sterne-High-Terror-Raid mit Osaluna. Wie gesagt, ich greife jetzt hier als Normalangreifer an mit Heißorb, so gesehen, dass unser Pokémon verbrannt wird, weil wir machen als Osaluna verbrannt mehr Schaden. Und mit Fassade ist ja der Angriff, den wir jetzt nutzen, um mit Osaluna Normalangreifer anzugreifen. Das heißt, dieses Osaluna greift gegen alle Pokémon außer Gestein, Stahl und Geist. Diese drei Typen gehen so gesehen mit Osaluna nicht. Alle anderen könnt ihr easy spielen. Das heißt, wir haben im Endeffekt 15 Typen, die ihr angreifen könnt mit Osaluna. Und die anderen könnt ihr so gesehen mit einem anderen Pokémon abdecken. Also Gestein macht ihr beispielsweise mit Wasser, Stahl könnt ihr mit Feuer machen. Also es gibt da genug Möglichkeiten, um die drei anderen Typen anderweitig zu spielen. Aber wir nehmen auf jeden Fall mal jetzt hier als Beispiel, dass ihr seht, irgendwann er heilt uns sogar, wie nett. Wir sind verbrannt. Wir haben jetzt hier Fassade und seht, dass wir dadurch das Hytera One-Shotten, obwohl wir nur normal angreifen. Also nicht effektiv. Dadurch heißt, ihr könnt, wie gesagt, Osaluna bei 15 von 18 Typen spielen. Das ist das einfachste Pokémon. Braucht ihr nur ein Team. Aber ich finde, gerade diese Events geben mir persönlich die Möglichkeit, auch mal Prigaron zu spielen oder halt auch mal Glurak zu spielen als physischen Angreifer oder halt auch jetzt Grandiras zum Beispiel. Ich finde eigentlich, dass diese Events mir Spaß machen, Pokémon zu spielen, die man normal nicht so oft spielt. Daher, wenn ihr Osaluna nehmen wollt, ist das einfachste Pokémon, aber es gehen halt auch viele, viele andere. So, ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, Loot-mäßig, ja, es lohnt sich, EP-Bombons mitnehmen und halt auch den ganzen Kram wie die Terra-Stücke. Aber im Endeffekt müsst ihr wissen, ob ihr die Items halt gerade noch benötigt. Also, ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao. Danke fürs Zusehen von Schario. Schreib deine Meinung in der Kommentarsektion. Wirst du News oder Tipps zu deinem Lieblingsgame? Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.